Geht los? Es geht los. Entschuldigung, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Danke. Das kann man rausschneiden. Ja, das Buch, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist dieses hier. Murakamis Aufziehvogel. Endlich in brandneuer Übersetzung. Nee, das kann man nochmal machen, weil es jetzt gerade am Anfang der Versprecher war. Das kann man rausschneiden. So fängt auch das Buch gleich an. Der erste Satz lautet... Ähm, wie auch immer... Das kann man rausschneiden. Nee, sorry, kann ich nochmal anfangen. Das war nicht gut. Das ist wirklich großes Kino.